Die kleine Mube ist sehr süß und alles was ich hatte, wir haben uns vorgestellt, dass es viel schwieriger sein würde und alles wurde erledigt. Kleine Warze am Augenlid ist weg und prima geheilt, ein kleines Tumorschen, Mama Tumorschen wurde biopsiert, ist gutartig und Danzig hatte ein Bäulchen hier, fett, nur fett und ihr geht's prima, wir freuen uns wirklich für sie, dass alles so leicht gewesen ist. Jetzt braucht sie nur eine Familie.